Hallo und herzlich willkommen zu Titanfall im Modus Kränzlandverteidigung. Wir verteidigen also den Erntor bzw. Basisverteidigung. Wir stehen jetzt vor Runde 1 von 5. Erste Runde dürfte relativ leicht werden, wie immer. Hauptsächlich Infanterie. Schauen wir mal. Was erwartet uns denn? Schauen wir mal an der rechten Seite. Ja, komm, gar kein Thema. Ganz lauter. Man wird nicht kack gleich ab. Okay. Wir haben da hinten. Dann gehen wir mal einmal aufs Dach drauf. Boah, das sind natürlich viele. Da ist immer sehr zu empfehlen, wenn man so eine automatische Waffe hat. Sehr zu empfehlen, sage ich dir. Komm, Nachhinein. Ja, komm, das ist ja ganz locker. Hier haben wir noch welche, dann haben wir welche. Machen wir mal den nächsten. Wir kommen alle hier durch, glaube ich mal. Nice. War es, ist gestorben? Nein. Nicht dein Ernst. Na, teilen, brauche ich überhaupt nicht. Kann ich es in Anfangen momentan. Na komm, hier hole ich mir. Oh, das war es ganz locker. Lass mal überlegen, wo wir das Schild am besten, äh, den, ja, wo wir das Geschütze am besten hinstellen. Ähm, ich komme von der Üben. Habe ich jetzt einfach mal hier oben hin. Boah, Mörser Titan, willst du mich verarschen? Boah, ich will keine Ahnung. Boah, Mörser visualization, das ist ein Scheiß für den, für den Ernter valor, für die Basis. Ah, nicht gut. Tif SDNA5004 Ja, aber einen Töten und explodiert ärgdestruct. Und Cadinander mit hoch. Worte Lagos nach hinten kommen welche. ganz locker okay, da muss man sich echt keine Sorgen machen so, da hinten haben wir einen da hinten haben wir einen, da hinten haben wir einen ne, als ob es mir nicht klar wäre, dass wir alles bestimmen sollen, was ihn beschädigt ähm, komm her gut, 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 gut einer geht hoch, alle gehen hoch okay, da hinten ist der, da hinten müssen wir auszuteiten, da hinten müssen wir auszuteiten, wir müssen da hin komm, du schnappst den ersten ich schnapp mit den anderen da hinten komm, 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 hol ihn weg komm, komm, ich bin noch dabeiもう chill dich mal aber auch aus zwei schützen selber stelle weiß nicht gelohm stelle da ist alles scheiße stellen einfach mal hier oben So, komm mal her, mein Gutes auch. Müssen wir wieder rein. Ich hab's gar nicht nachgeschaut, was uns jetzt eigentlich erwartet. Uh, das ist nicht gut. Komm, einer weg. Sind ein paar andere üblich. Na, also, der lebt noch da hinten. Mein Lär, scheiß. Oh, vor allen Dingen Elektro-Teile wieder mal. Natürlich. Komm, 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 stirb endlich. Ja, okay, der lässt sich auf mich nicht mehr, der geht jetzt eh gleich hoch. Sehr nice. Good Jungs. Komm, einen hochjanken. Genau, da hoch. Nice. Supergut. Wirklich gut. What? Ach so, der nutzt es auch. Oh, da bin ich kein Fan von eigentlich. Alles halt gut, die sind so Infanterie und so. Schon nicht schlecht. Ich bin eher Fan von der üblichen normalen Waffe, wenn wir so sind. Komm, drauf, 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 drauf. Ja, tot. Komm, geht drauf, hier. Na, einmal hier verstecken. Okay. Sehr gut. Komm, ich schnapp mir den da hinten. Na, der ist ja gleich weg. Na, der ging auch mein Mann. Ich hoffe, das hat ihm kein Scham gemacht. Gut, 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 gut. Ähm... andere Schild ein Stück weit beschädigt. Komm, da kann ich raus. Jo, gut macht. Hm, ich stelle wieder hin. Oder was ist es wieder? So, wohin schon der da habe. Upsa. Das war der falsche. Der ist halt echt hier. Was habe ich jetzt für eine Waffe? Ach so, wieder die gleiche. Das sah irgendwie anders aus. Oh, ich bin auch schon blind. Ja, ganz normal, die Waffe von Frieden. Wo sind denn die Mäuser-Titons? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Der Beschützer hat noch nicht einen Kill gemacht. Super. Okay, das sind normale Titans. Egal, drauf geht's. Aufgehalten. Und Schiss. Und weg. Okay, er steht. Faktisch sehr klug. Komm her. Komm her, du. Komm, weg hier. Dann mal nachladen. Komm, zwei auf einen Streich. Na, sehr nice. Okay, der ist am Arsch. Okay, wir haben richtig. Okay, guys. So war es, so was für die Wohlbekeit. Ja. Was war das? Die Rüste sollte ich hier alles auf Stuhl stellen. Dann bin ich schon mal nach der Runde kurz nah. Das ist noch mal gut gegangen, Team. Der Erdte hat es gerade so geschafft. Der Kürz ist bereit, Pilot. Stationiere es, um auf vorrückende Gegner zu feuern. Okay, ich frage mal nach. Uh, can you hear me? Uh, man? Team, neue Welle nähert sich. Team, teilt euch auf um zu erledigen. Uh, it's important because I don't want to talk to you the whole moment. Uh, the whole town I'm in. Hmm, okay. Niemand der irgendwas zu sagen hat. Alles klar. Dann mal drauf. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, 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 oh. Fuck. Okay, gut. Da hinten der Allerdee ist gut. Ihr Schadenssystem ist aktiviere Schadenssystem. Die Schadensausbruch wurde erfüllt. Ein Pilot attackiert ihr Ziel. Ähm, am, 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 am. Okay, Atomtheiten, Atomtheiten, Atomtheiten. Wollen wir weg hier. Komm schon, komm schon, hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Was? Wie ist denn das passiert? Einfach so, weil, okay. Ja, geil. Hm. Schön hier. Ähm. Jetzt habe ich dagegen geklärt, die Atomtheiten ist nichts auszusetzen. Entgegenzusetzen. Okay, 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 weg, 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 weg. Puh, Welle 5 überlebt. Schaffen wir nie die nächste. Nie und nimmer. Ich stelle das nächste noch hier hin. Also ich glaube nicht, dass mich irgendjemand von den anderen hört. Ich hoffe es zumindest. Hm, okay, es geht schon los. Mal sehen, wo, 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 wo bring ich mich mal ein? Da haben wir welche. Boah, scheiße. Das war dumm. Scheiß Granaten. Hab ich nicht gut gemacht. Komm, ein bisschen reinballern. Komm, ich will endlich wieder raus. Bei der Stunden hier. Boah, kacke. Hey, was kommt denn da alles auf uns zu? Hallo. Hier bin ich. Drehe ich mal um. Ja, geil. Der jagt nämlich die Geschütze hoch. Das ist so der Scheißalter. Und dann kam noch nicht 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 noch nicht. Komm weg hier auch. Das wurde weg. Ja, spawn. Gut sagen, ja komm, lass uns spawnen, ist egal wo. drauf. Komm, gleich an Junge. Angriff. Okay. Der ist im Arsch. Das wird jetzt mich treffen gleich. Wenn es schlecht läuft. Arnta zerstört. Ja, es war so klar. Der Arnta ist hinüber. Wir haben ihn zu stark beschädigt. Es war ja so klar. Okay, Team, ich fahre den Erlter wieder hoch. Dein Teil steht bereit. Vorwägen an, wenn wir jetzt aufhören. Das ist wieder ein Geschmiss an einer strategisch günstigen Position. Dein Teil ist klar, ist die Platteteilung. Lass ihn mal runterkommen. Na. Also. Unfassbar. Komm. Ja, geht doch. Stehen wir wieder hier hin. Da stand er vorhin richtig gut. Und dann ab rein. Und dann schauen wir mal, ne. Das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Ich habe keinen Bock, wieder einen Niedergang einzustecken, ey. Kann ja wahr sein. Na, deshalb. Was ist das für uns? Alles cool. Sind das viele? Ich sag's dir. Nicht mehr normal. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Was ist das Schießen? Hier, bitteschön. Banken. Komm, jagt die anderen auch hoch. Jetzt kommen ein paar Schüsse. Schön, 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 schön. Tschüss. Und weg. Komm, komm. Ja, okay. Aktivieren, aktivieren, aktivieren. Okay, wir sind da. Oh, weg, 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 weg. Komm du auch noch. Oh nein, 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 alles weg. hier als der Kusten und wie der Ausfeld Nordrhein-Westfels drüber uns im Basis verteidigen und so leuten jetzt auch keine Schlimm 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 genau so ähnlich das ist ein Schlimm Faktor Faktor mehr hier ich weiß nicht der WD gleich hoch Bord und mehr aufs Sorte aber du machst du kein Bild zu holen dort drüber gelatscht wo sind wir denn ok der Jagd ist gleich hoch, den Jagd ist gleich hoch, tschüss und weg oh 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 das hatte ich auch vor das hatte ich auch vor mein Freund und weg und weg und weg und weg und weg und weg ich konnte den anderen nicht bedauern mit hochgehangen, es wäre ja ganz nett gewesen ja, da haut es noch einen weg komm, 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 hier er nimmt Schaden, nein, wirklich erstaunlich oh, das ist nicht gut ja, dann lass mich doch wird auch früher gehen b hin快 ok der zum Arsch der noch nicht nochmal leckoll werden ok der ist auch am Arsch wir da kommen noch welche kommen drauf weg 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 h h h h h h h h komm den HOMO weg das geschafft hier was sieg sieg Party wunderbar 2 von 2 Stern ja gut ich geh auch so nochmal raus gut lief einigermaßen alles klar wir sehen uns im nächsten Titanfall Video